Kampmeiers Kinderkanal Da tauchte das Krokodil mit der Nase aus dem Wasser und das Spiegelbild zersprang. »Berwunderst du schon wieder deine Flecken, Leopard?« »Na und?« sagte der Leopard. »Dazu habe ich ja wohl auch allen Grund. Wer hat schon so viele hübsche Flecken ganz für sich allein?« Das Krokodil schob sich ein bisschen höher ans Ufer, immer näher an den Leoparden heran. Ich für meinen Teil mache mir nichts aus Flecken. Aber das Krokodil schob sich noch etwas näher. »Wenn du unbedingt willst, kannst du mir ja erzählen, wie viele Flecken du hast. Hm? Nun, wie viele sind es?« Der Leopard machte ein paar Schritte zurück. »Ein Krokodil, so nah. Ah, das ist unbehaglich.« Und seine Frage war ebenso unbehaglich. »Ja, also, also ich kann ja meine eigenen Flecken nicht zählen, das kann niemand. Aber vielleicht hättest du ja die Güte, sie für mich zu zählen. Von dort drüben aus, wenn ich bitten darf.« Das Krokodil jedoch, das konnte gar nicht zählen. Und so ließ es sich wieder ins Wasser gleiten. Krokodile haben Wichtigeres zu tun, als Flecken zu zählen. Und schon war es verschwunden. Als sich die Wasserfläche wieder beruhigt hatte, spiegelte der Leopard sich erneut im Teich. »Verflixtes Krokodil! Bisher war ich immer zufrieden mit meinen Flecken. Aber jetzt werde ich keine Ruhe mehr finden, bis ich weiß, wie viele es sind. Verflixt, verflixt, verflixt!« Der Leopard trottete vom Ufer weg in den Wald. Dabei murmelte er immer vor sich hin. »Verwünschtes Krokodil! Verflixt!« Da begegnete ihm das Wachzenschwein. »Guten Tag, Leopard! Warum verwünschst du denn das Krokodil?« »Ach, gut, dass du kommst. Du kannst mir helfen. Sei doch so nett und zähl meine Flecken.« »Ach, wenn es weiter nichts ist!« Aber das Wachzenschwein konnte nur bis fünf zählen. Und so zählte es. »Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du hast genau fünf Flecken, Leopard. Jetzt weißt du's.« »Genau fünf?« »Ach, der Leopard war überglücklich. Danke, Wachzenschwein. Vielen Dank!« Er trottete immer weiter in den Wald hinein und murmelte. »Danke, Wachzenschwein.« Da begegnete ihm der Elefant. »Na, du Gefleckter. Was hast du denn dem Wachzenschwein zu danken und warum in aller Welt strahlst du so über das ganze Gesicht?« »Weil es mir gesagt hat, wie viele Flecken ich habe. Es sind fünf.« »Was? Fünf Flecken ist das Wachzenschwein blind? Lass mich mal.« Der Elefant konnte zwar zählen, aber nur bis zehn. Allerdings konnte er auch zehn und zehn zusammenzählen. Und obwohl er gerade an einem Büschel Dornenzweige kaute, machte er sich an die Arbeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann zählte er noch mal bis zehn und rechnet zusammen. »Ich hab's. Zwanzig. Du hast genau zwanzig Flecken.« »Genau zwanzig?« »Der Leopard war überwältigt.« »Ja, und das sind viel mehr als fünf.« »Ja, das sind viel mehr als fünf. Großartig.« »Ach, der Leopard strahlte vor Glück. Danke, Elefant. Ich bin dir so dankbar. Viel mehr als dem Warzenschwein. Tausend Dank.« Und der Leopard trottete selig lächelnd weiter bis zum Wasserloch. Dort traf er den Büffel, den Ameisenbären und den Buschbock. »Guten Tag, Leopard«, rief der Büffel. »Du siehst so zufrieden aus. Warum in aller Welt machst du so ein glückliches Gesicht?« »Weil der Elefant meine Flecken gezählt hat. Und weißt du, wie viele es sind? Zwanzig.« Als der Ameisenbär das hörte, verschluckte er sich fast an einem Mund voll Wasser. Er konnte nämlich bis fünfzig zählen. »Zwanzig Flecken. Ist der Elefant blind? Lass mich mal. Ich fange am Schwanz an.« Der Leopard streckte sich lang aus, damit man besser zählen konnte, und der Ameisenbär fing an. »Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Halt«, unterbrach ihn der Buschbock. »Den da hast du schon mitgezählt.« »Hab ich nicht«, sagte der Ameisenbär. »Hast du doch«, sagte der Büffel. »Und den da hast du vergessen«, sagte der Buschbock. »Und diesen da, den hast du nicht mitgezählt. Du musst noch mal von vorne anfangen.« Dieses Mal kam der Ameisenbär ohne Fehler bis neunundzwanzig. Aber dann blieb er stecken. »Hm, neunundzwanzig. Was kommt noch mal nach neunundzwanzig?« »Ich weiß es, aber es fällt mir nicht ein.« »Da platzte es aus dem Büffel heraus. Vierzig.« »Nein, nein. Achtundzwanzig. Neunundzwanzig. Neunundzwanzig. Dreißig. Ich hab's. Sechunddreißig. Nein. Warte mal. Der da war neunundzwanzig. Der dreißig. Dann hab ich einen doppelt gezählt und einen ausgelassen, oder? Ich glaube, ich hab einunddreißig und zweiunddreißig vergessen. Nicht wahr? Ach, Freunde, jetzt hab ich völlig den Faden verloren.« »Den Faden? Wovon?« Die Schildkröte war soeben zwischen den Büschen aufgetaucht und reckte neugierig den Hals. »Von meinen Flecken.« Der Leopard sprang auf seine Füße und schüttelte sich vor Ungeduld. »Es ist nämlich so, Schildkröte. Dieses verflixte Krokodil hat mich auf eine Idee gebracht, und von jetzt an werd ich niemals zufrieden sein, bis ich weiß, wie viele hübsche Flecken ich besitze.« Da blinzelte die Schildkröte freundlich. »Wenn das so ist, lieber Leopard, erlaube mal.« Und langsam und bedächtig fing die Schildkröte an. »Hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel.« Und so fuhr sie fort, bis sie auf jeden einzelnen Fleck des Leopardenfels gezeigt hatte. Dann verkündete sie, »Es verhält sich folgendermaßen. Du hast zwei Flecken, Leopard, helle Flecken und dunkle Flecken. Lass es dir gesagt sein und sei damit zufrieden.« Und schon verschwand die Schildkröte wieder im Gebüsch. Und wir, wir hören uns nächste Woche. Kampmeiers Kinderkanal Kampmeiers Kinderkanal